Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Terraria, sorry dass so lange nichts mehr kam. Ich habe auch lange kein Terraria mehr gespielt. Spielen wir jetzt mal weiter, versuchen wir hier was zu machen. Was geht? Jetzt aber was immer. So, ja. Bei mir ist Glühwünschen. Ja, ich weiß nicht. Es ist Glühwünschen. Wir haben hier Eisen. Ich habe ein bisschen Gold. Ich glaube nicht, dass es reicht. Das reicht glaube ich für gar nichts. Und, ich guck mal. Warte mal, ich könnte eigentlich, warte. Ah ja, das stimmt ja. Warte, ich habe einen neuen Kupfer-Bachen. Ich habe 22 Kupfer-Bachen. Okay. Warte, ich kann mal gucken, was wir daraus bauen können. Am besten Rüstung, ne? Ja, aber besser. Ja. Ah ja, jetzt habe ich 24. Jetzt kann mir nichts machen. Von Anrüstung. Warte, jetzt habe ich hier. Ah, jetzt kann ich mir keine Rüstung machen. Hi, du hast schon Rüstung und ich nicht. Was soll ich mir nochmal machen? Ah ja. Bitte. Ich kann dir Holzrüstung machen. Ja. Wenn ich Holz habe. Ja. Ja, aber ich auch. Ähm. Hast du, warte. Hast du, ähm, Wolf-Armbaren oder Gold oder sowas? Ich habe Gold, ja. Okay, warte. Warte, wie, äh. Achso, jetzt. Passt. Da. Ja. Ja, ooch. Ja. Ja! Ja. Ja, Karte. Was ist denn, wenn ich gerade... Oh doch, die droppen auch Linsen. Auch wenn sie keine Linsen mehr haben. Ja. Ja. Ich bin der Karatee-Meister. Achso, danke für die 30 Abonnenten, dass ich auch mal so weit komme. Ah, nein! Oh, ich habe noch ein Sternschnippchen gefunden. Ich sterbe! Ich habe schon drei Sternschnuppen. Wo gehst du? Ich sterbe, aber mir ist auch noch ein Stern. Und wo gehst du denn ganz über? Super. Hi. Hier ist ja eine Höhle. Wir können mal reingeben. Wir verlieren ja eh nur unser Geld. Wir sind arm! Okay, hier geht's nicht weiter. Ah. Ich bin ultra schnell! Ich seh's. Oh! Oh, Äuglein! Ich habe ja drei Äuglein. Was ich mich gerade frage, was haben wir noch in unserer Welt? Das Verderben, oder? Oder wissen wir das noch nicht? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, wir wissen es nicht mehr. Keine Ahnung. Bei mir ist kurz ein... Wir erkunden jetzt mal heute ein bisschen die Welt. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Nee. Dann lass mal ein bisschen rumgucken. Das einzige, woran ich mich erinnern kann, war, dass wir irgendeinen Tempel gefunden haben, der verreckt sind. Das wollte ich gar nicht mehr. Okay. Kupfer! Ah, das schaffe ich. Warte! Blumen! Oh Gott! Bei mir lagst du! Bei mir läuft alles für sich. Für Emoji! Guck mal! Guck mal! Weißt du was? Kupfer! Kupfer! Wuhuuu! Was ist? Oh! Hallo! Okay, jetzt läuft es wieder, glaube ich, flüssig. Zeigen richtig gut aus. Für Emoji, weißt du? Kannst doch gleich in der Aufnahme sehen, wie komisch das war. Boah! Oh Gott! So ein Verschleimchen! Schleimchen! 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 Wo bist du denn jetzt ganz hin? Oh! Äh, zu spät! Uhr bewahren! Yes! Nice! Ah! Da ist eine Höhle! Ich schock! Hey, warte! Jetzt rennt er mit seinem Regensturm! Nein! Tod! Ich hab nur langsam gesehen, wie du runtergegangen bist! Oh Gott! Ich hab auch fast! Ey, du willst ja auch mal zum Kopf in der Ariee! Ich krieg die meistens gar nicht mit! Ah! Ich bin fest! Oh jetzt! Ui! Ui! Ok, oh! Ich komm mit dem Emoji- Ich komm mit dem Emoji-Ringchen! Oh man, alle! Oh man, alle! kommen wir gar nicht mit den Rocken. Raus hier? Ja, ja, alles gut. Wenn man schon die Ruhe bewahren. Ich bin nur oben. Also ich bin jetzt schon ganz weit. Warte mal auf Bild! Oh, jetzt zu spät. Oh, wir haben das Verlieren in der Welt. Ach du Scheiße. Wo bist du? Das sieht ja schon ganz hübsch aus, die ganzen... Ah! Okay. Ja. Warte, ich komme jetzt. Das tut mich auch noch. Es hat noch ein Momentchen gedauert, bis ich unten war. Warte, das tut mich jetzt auch noch mal. Warte. Gehen wir mal, oder soll ich das erst mal noch weiter erkunden? Ja, such mir mal da einen Höhlen weiter. Ich gehe hier mal kurz einen Höhlen suchen. Irgendwo. Wir haben die Korrupten. Wir haben die Korrupten. Das ist für die, um die Korrupten ist das Rote. Ne, Korrupted ist aus Lila. Ah, ich hab das Spiel nicht richtig verstanden. Was ist das denn das Rote? Was ist das Rote? Boah, das Rote ist, äh, soll ich schon irgendwas? Oh, ich muss den Fresser. Okay. Ich dachte mal die Korrupten wäre das Rote. Okay, ich glaube es stirbt. Es hört sich so gut an. Ne, es stirbt nicht. Ich bin M.O.C. Schau an M.O.C. Regenschirm. Ich kann mich schon erwarten, was hier gleich im Chat steht. Ich bin M.O.C. Hilfe! Yes! Hab ihn! Einen Fresser? Oh, jetzt kommt der nächste im Tod. Ich freue dich, du hast einen Hackfresser erlegt. Ich komme! Hey, du musst aufpassen, wenn er jetzt gleich lang geflogen kommt. Ich bin ein bisschen weit weg. Ich bin ein bisschen weit weg, also. Nein! Ich erkunde gerade. Ich bin jetzt wahrscheinlich so. Komm jetzt! Hast du einen Regenschirm oder sowas? Nein. Ey, guck mal, ein M.O.C. Ich hab ne regenfeste Jacke. Guck mal! Ui! Von mir aus kannst du oben lang gehen. Ich geh nur unten. Oh Gott. Okay. Ganz gut. Wasser, 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 Wasser. Wasser rettet einen deswegen, das wissen wir. Gerade wenn du den Höhlenberg abgeht, dann ist Wasser mega okay. Okay, ja. Das sieht gut aus. Bei mir ist mein Ringschirm mega okay. Okay, jetzt sind alle Fackeln weg. Bei mir ist mein Ringschirm okay. Oh, hier ist viel Gold, ne? Kannst du gleich mal mitnehmen. Oh, hier ist mega viel Gold. Ich dachte hier war irgendwo ein blaues Biom. Wenn ich so die Wüste hier bin. Äh, blaueschlein, blaueschlein. Äh, okay. Äh, hier ist ein Regenwurm. Eigentlich ein Riesenwurm, aber ich nenne ihn Regenwurm. Oh, da ist was, da ist was. Du, du... Oh, geil. Was ist das Wasser? Ich hab's gefunden. Oh, das ist geil. Ne Tour, ne Tour, ne Tour. Yay. Und? Und? Bleib. Ich hab ne Wolke in der Flasche. Ne, du hast ne Wolke in der Flasche. Ne Gurke in der Flasche. Ne Gurke. Auf jeden Fall hab ich ne Wolke in der Flasche. Hashtag Gurke. Warte mal, ich guck mal kurz wie lang das noch ist. Ja, okay, die Folge ist vorbei. Oder? Wir machen nächste XI-Frage. Na, vielleicht ein bisschen länger. Ja. Ui. Alter, wie weit ich einfach schon weg bin. Pfff. Okay. Jetzt schreibt mal alle... Was zu? Hashtag Free Fall in die Kommentare. Oder Hashtag Bungee Jumper. Genau. Schreibt Hashtag Bungee Jumper in die Kommentare. Ich seh schon in den Kommentaren gar nichts. Ne, schreibt Gurke. Schreibt Gurke in die Kommentare. Jetzt das neu ist im Angebot. Schreibt Banane. Ja, genau. Oh, die Wolke ist so geil. Piep. Nein, die Falle. Ah, ich hab ein Ringchen. Ja, ich liebe die Wolke. Was? Mein neues Item, Alter. Die Wolke. Wo bin ich hier nochmal... Ja, 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 ja. Deswegen bin ich verreckt. Ich sag... Ja, ich weiß. Kann sein. Oh, ich hab nen Regenschirm. Ich hab nen Boomerang. Guck. Ich hab nen Regenschirm. Ich hab ne Wolke. Ich hab ne Wolke. Hey. Wenn ich hier was gebe, krieg ich dann die Wolke? Nein. Die Wolke ist mir sehr ruhig. Sie ist Teil von meinem Leben. Wenn ich hier die Boomerang gebe? Ich mag Boomerangs nicht. Ich kann damit nicht glauben. Ich kämpf grad so richtig hart gegen Grünflein. Ich hab ne Impostatue. Ja, ich würde sagen, die Folge ist vorbei und ciao Leute. Ciao.